Da sind wir wieder zurück bei der Single Couch 2024 am Geybon Volksfest. Neben mir sitzt jetzt die Aileen. Aileen, hallo, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ich komme aus Bad Abbach, das ist zwischen Kelheim und Regensburg und ich bin technische Systemplanerin. Das heißt, ich zeichne Klima, Heizung, Sanitär, Lüftung, genau. Lüftung auch noch, das wollte ich unbedingt noch mitnehmen, klar. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit, Aileen? Ich tanze da im Faschingsverein und treffe mich öfters am Wochenende mit Freunden. Bin eben auf Volksfesten unterwegs im Sommer und ja, genau. Okay, okay und wir suchen ja jetzt hier einen Traummann für dich, Aileen. Was hast du denn da so für Vorstellungen, wie soll der sein, dein idealer Mann? Also so ein genaues Ideal habe ich gar nicht, aber er sollte auf jeden Fall größer sein als ich und ja. Wie groß bist du denn? 1,56cm. Okay, dann ist größer sein nicht so schwer. Definitiv nicht. Ja, bisschen Muskeln vielleicht. Ja, oder auf jeden Fall loyal sollte er sein. Also ja, ich glaube das, was sich jeder wünscht so. Okay, letzte Frage. Wenn sich jetzt hier jemand meldet und es kommt zu einem ersten Date, was würdest du gerne machen beim ersten Date? Hm, schwierig. Ja, vielleicht einfach mal so treffen in einem Café oder so. Und ja, oder am Donau. Also bei uns in der Nähe ist der Donau. Da wäre es vielleicht auch ganz angenehm. Genau. Also einfach mal so chillen an der Donau. Genau. Halt einfach reden miteinander und ja, schauen wie es halt ist. Okay. Meine Herren, wenn ihr es schafft, die epische Größe von 1,56cm zu übertreffen und ihr euch mit der Aileen mal zum Reden an der Donau treffen wollt, in der Nähe von Bad Abach, dann meldet euch, schreibt es unten ins Formular rein und dann schauen wir mal, was rauskommt. Oder Aileen? Ja. So ist es.